Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf dem Chaos-Kanal bei Sveni hier auf dem Frühling von dem Ultramapper Kalle, ne? So, Mädchenstimme erledigt, ne? Imitation nennt man das, ne? Wir müssen eben Dünger auffüllen. Kann auch doll lang fahren, ne? Man kann den nämlich schon mal düngen. Wir machen dieses etwas, was produktiv ist, ne? Das ist ja schon... Obwohl, da kann man hier die eine Fläche eben schon dünnen, ne? Auf der 6 haben wir Weizen gesät, richtig? Ja. Dann kannst du jetzt mal die 6 eben schnell Düngeritis machen, ne? Das wäre Premium. Und den müssen wir nach dem Holzwagen Ausschau halten, ne? Wir müssen eigentlich mal Holz wegbringen. Aber ich weiß nicht, ob ich das hier mit Dings machen möchte. Wir haben doch hier einen Düngerkurs, oder? Es fällt 6, ne? Ja, haben wir doch schon mal gedüngt. Ja, den wollen wir push-loaden, aktivieren. So. Du machst den ersten Wegpunkt. Ich lässt den extra mit CP, den wegen Pflanzensensor und dies und der ist, ne? Könnte ja auch immer eben fix alleine machen, ne? Schon schönes Bild, ne? Klar, mit diesem Moped da vorne dran, muss nicht unbedingt... Aber macht das aber ganz gut, ne? Ich habe gar keinen Staub hier drin, ne? Warum staubt er denn net zur Zeit so? Unsere anderen sollen ja wohl noch arbeiten, ne? Was machst du da? Nicht fragen, Sven. Einfach nicht fragen. Manchmal ist es besser einfach nicht zu fragen. So, wir brauchen... Wofür ist der denn? Ach, für den. Uh, cool, cool. Cool. Den haben wir auch schon mal benutzt, ne? Aus dem Kacken-Moped. Entschuldigung für den Ausdruck. Wir haben... Den hier haben wir noch nie benutzt, ne? Den hier? Oder sollen wir den mal mieten? Nur mal mieten. Wir müssen ein bisschen Holz durch die Gegend fahren. Was kostet das denn, mieten? Ist ganz schön teuer, ne? Aber ich müsste mal Holz wegfahren. Und das Ding haben wir noch nie benutzt. Guck mal, wir mieten den. Ja, das hast du hier schon wieder richtig super hingekriegt. Ey, ich kann kotzen heute. Wollte ich mich heute nur veräppeln, oder was? Boah, jetzt hast du dich da auch noch festgehangen, ey. Alter, neu, ey. So, manchmal ist das doch verarscht, oder? Läuft überhaupt mal was? Das läuft auch sonst weiß ich mal, ne? Hier läuft auch mal. Dich wollten wir. Das ist Holz wegfahren. Außerdem wollen wir ein Bauprojekt über den Winter starten, ne? Neu Kuhhof. Müssen wir mal so langsam anfangen, ne? Neu mal Vorsicht, der... Oh, der fädt sich aber auch ein bisschen uncool, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ein bisschen uncool fädt sich. Alter, nein, ne? Uh, da ist noch, Opa. Oh, geht wohl, geht wohl, ne? Das ist aber auch nicht so uncool gemacht, ne? Ja, hab ich doch gerade gesagt, Wolle Krähe. Wir müssen... Holz laden. Dass das ja eigentlich mal wegkommt. Immer liegt der Dorn im Weg, ne? Also hier möchte ich einen neuen Kuhstall bauen. Hier so hin. Oh, oh, oh. So, nochmal. Oh, oh, oh. Das ist ja nicht so. Oh, oh, oh. 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 Das könnte aber dick in die Hose gehen, weh. Ich kann auch. Das könnte richtig in die Hose gehen, weh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nein. Ja, da muss ich mich mal konzentrieren, ne? Oh, oh, oh. So war drehen, ja, 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 ich vergaß. Das ist der Nachteil, wenn du 25 Joysticks hast, ne? Oh, das passt aber, ne? In die andere Richtung. Oh, einen haben wir schon mal aufgeladen, ne? Richtig premium. Richtig premium. Uh. Sollen wir mal hoch versuchen, ne? Schick, Kram, du. Siehst du schlecht, ne? Kannst schlecht einschätzen. Okay, das haben wir. Jetzt sind wir da hinten eben mit. Dann sind wir da dran, ne? Das ist schwerlich, ne? Reicht nicht. Schick, Kram. Komm mal ein Stück zurück. Gut, 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 müssen passen, ne? Ne, du. Das ist, glaube ich, nix heute für mich. Ein bisschen willig, so brauche ich Gewalt. Schick, Schick. Irritsähne. Und da habe ich hier gut. Wir sollen es doch nur aufmachen. Ne, auf. Da rutscht der Joystick, ne? Das ist nicht so schön. Oh, mal hoch. Premium. Das haben wir schon mal geschafft, ne? In die andere Richtung. Diese wollen wir nicht laden. Das ist ja doof. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Also so ist es ja nicht, ne? Ja. Machen wir mal runter. Machen wir mal zusammen. Oh, einen haben wir gekriegt. Premium, Premium. In die andere Richtung. In die andere Richtung. Ich bin gar nicht so einfach. Aber liebe Leute. Das ist crazy shit, ne? Muss auch mal sein. Dann bin ich mal vor. Gor Lud'm... Äh, gesund. Äh, gesund. Äh, gesund. Äh. Grund's. Oh, oh, wenn das mal gut geht, ne? Ich hab's sowas von gewusst. Ne, nicht aufs Dach liegen, Mann. Kollege. Leider, nein, aber. Gehen wir runter. Auch vor in die Richtung, ne? Das spackt aber auch stellenweise rum, ey. Ja, da läuft ja mal gar nicht, ne? Hier ist so eine Veräppelung, oder? Ja. 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 Ja, nein, das fällt alle wieder runter, ne? Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke für's zugucken bis hierher, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, mich ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nix mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.